Mr. Flacco Tja, wir haben gar keinen Würfel mehr Ah, warte mal Da war doch was Oh Gott, müssen wir uns echt die Würfel jetzt holen? Mist, da noch das Laborat Wo wir vorhin waren Da waren doch Würfel Müssen wir uns die echt jetzt zurückholen, wa? Verdammter Mist Was anderes wüsste ich wirklich nicht Also ich schätze mal, wir müssen uns die holen Wo war das? Da, ne? Genau Mit 28 Leben hier durcheiern Ah ja, ne, ist schon hart Wo waren die denn, ey? Hier nicht Ich weiß gar nicht mehr, wo die waren Ah, hier auch nicht Gibt's ja nur noch einen Weg Ja, hoffentlich brauchen wir ja nicht mehr so viele, ey Ich hab keinen Bock, die alle hier zu holen Da verläufst du dich ja wie Sau Wenn die überhaupt noch irgendwo sind Würfel, wo seid? Alter Würfel, wo sind die denn? Heftig Waren die hier nicht? Hier war doch irgendwo ein Würfel, oder nicht? Oder bin ich jetzt blöd? War ich mir jetzt vertan Scheiße Hä, ich dachte, hier wären wir hier gewesen Kann doch nicht sein, dass wir von irgendwo von hier einen holen müssen Das ist so ein bisschen weit, oder? Eigentlich schon Naja, das kann nicht sein Auf gar keinen Fall Das ist viel zu heftig Kann ich mir nicht vorstellen Geh mal wieder Geh mal wieder da hin Hab ja alles gesehen hier Los Bewegt deinen Arsch Ah, wieder falsch Da waren aber keine Würfel mehr Was müssen wir denn da noch machen? Oh, was ist denn da oben? Ah, da oben sind Würfel What the fuck? Gut, dass ich hochgeguckt hab Wie kommen wir da denn bitte schön ran? Verarschen Nicht da rein Nicht in die Lava Komm schon Hoch mit dir Ja, da komm ich doch nicht hin Was soll denn das? Mega Sprung Ja, keine Ahnung Ihr müsst was aktivieren, damit die runterfallen Aber was? Ah Guckt euch das mal an Was ich da entdeckt hab Hinter dieser verkackten Lava Dann müssen wir den Balbo wiederholen Ach, Mann, Mann, Mann Mann, hoch mit dir So Wieder hoch Nicht zu hoch Ich brauch dich hier noch Alter, hier ist mal ganz klar Komm mit dieser ganzen Kacke So Also, wir dürfen uns jetzt nicht erschlagen lassen Von dem Dreck Andere Seite Genau, dasselbe Spielchen Dasselbe in grün Zack Komm mal runter Alter Wo will denn der Ball hin? Oh, ich glaub, der ist heiß, ne? Dürfen wir, glaub ich, nicht berühren Das muss dann aber auch gewesen sein Hier mit den Würfeln Mehr haben wir denn wirklich nicht Schätze ich mal Da sind dann keine mehr Boah Jetzt geht er rein Heftig Kann doch nicht so schwer sein Hier So, wo schießen wir die hin? Ich weiß es nicht Freie Wahl, wa? Nehmen wir mal den Egal Komm Was passiert da? Ich hoffe nix Böses Oh, Bombe Nein Boah Okay Dann aber die andere Seite Oh oh Okay War richtig anscheinend Jetzt noch ein Aber wo Wo, wo, wo Ich würd sagen Irgendwo dahinten in der Ecke Aber ich probier erstmal den hier Scheißegal Öh, Bombe Scheiße Wow Shit Komm Geh ran Jawohl Bereich abgeschlossen Es öffnet sich endlich Und es hat ja schon wieder ganz schön gedauert Hier Diese ganzen Blöcke zusammen zu suchen Jetzt können wir mit unserem Ball weiter Na toll Ah, der Ball kommt sogar mit Also doch Der Ball kommt doch beim Springen mit So, beim Fliegen ja ja gesagt Wir sind ja schon am Schweben Wie sau So, können wir endlich weiter Sehr schön Was erwartet uns jetzt Hey Machst du mich an oder was Was ist denn hier los Ah Es geht noch tiefer Immer tiefer und tiefer Alter Wow Hilfe Ah, Wasser Okay Wir sind noch tiefer Meine Güte Uns findet doch hier keiner mehr Das kann doch nicht sein Ich sehe gar nicht wo ich bin Erstmal mitnehmen hier Und hier hoch Wahrscheinlich Jawohl Na komm Na komm Ja So, wo müssen wir jetzt lang Da nicht Aber da Okay Finden wir da noch irgendwas Ich wette da finden wir noch was Ich schwimme da mal hin Wenn es geht Unten durch Oh, was war das denn Da ist doch mit Sicherheit noch was Kommt, wenn wir da durchkommen würden Irgendwie ja nicht Mist Scheiße Ich komm da Komm da aber nicht durch Komm schon Geh doch da durch Es muss doch funktionieren Tja Habe ich mich wohl doch getäuscht Ich komme da nämlich nicht durch Wundert mich eigentlich Hätte gedacht Da ist noch was Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch Scheiße Und genau auf diesen Balken wieder balancieren Können wir da nicht rüberspringen Da ist doch bestimmt was Mist ey Hätte ich aber gedacht Oh oh Nein Ich brauche meinen Ball Komm her mein Ball Komm her mein Ball Mach sie platt Ja Boah Hier muss man schon aufpassen Und überall können sie kommen Was ist das denn hier? Tja Dann mal weiter Checkpoint Ja Wieder 100 Energie Sehr schön Hier ist ein Fahrstuhl Und wieder merkwürdige Wege Oh Ist das ein Messer? Nö Ich dachte das ist ein Messer oder so Aber wir können ja hier eh nichts aufheben Ach Hier brauchen wir wieder Ja Das ist ein Fahrstuhl Okay Das betätigen wir aber noch nicht Wir gucken erstmal was hier noch so ist Das ist hier wieder Hier geht es noch in eine andere Richtung Ich gucke erstmal was hier so abgeht Okay Hier können wir hoch Aha Wunderbar Geheimnis 2 von 6 Alle sehen sie Erleuchtung Wo es doch bloß Wachstum gibt Alle sehen sie das Göttliche Und doch sind es bloß Erfindungen Herrscher hat sich zu einem menschlichen Gott anhanden Seinem Sohn Des Quetzal Kortel Jeden Tag erlernen sie etwas Neues Und unser Land wird das ihre Sie nehmen nur und geben niemals zurück Wir sind Sklaven Unsere Rücken beugen sich unter ihrem Befehl Ja so ist das Leben ne So ist das Leben Okay wieder zurück Da ist anscheinend nichts mehr Nur ein Geheimnis Hier ist aber noch Tür Und was weiß ich Überall Viecher Hier kommen wir eben mit der Kugel nicht weiter So wie es aussieht Was ist noch von der anderen Seite Das wäre es ja wenn er jetzt auch noch ein Geheimnis wäre Das wäre ein bisschen bescheuert Kann ich mir nicht vorstellen Was ist das? Das hört sich schon wieder böse hier an Ich habe ein bisschen Angst Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen Und kacke in der Hose Natürlich nicht Leute Okay da kommen wir eh nicht weiter Was ist hier noch? Hier könnten wir mit der Kugel hin Ich glaube hier müssen wir auch hin So wie es aussieht Hier sind Magneten Und hast du nicht gesehen? Hier können wir noch nichts aktivieren Also hier ist ein bisschen was zu machen Anscheinend Tja Oder der Fahrstuhl ist noch gar nicht aktiviert wahrscheinlich Das müssen wir erst irgendwie machen hier Äh Da lang Ach Gucken ist vorher besser Bevor man dann mit der Kugel irgendwo planlos rumläuft Ich schätze mal Wir können diesen Fahrstuhl hier noch gar nicht aktivieren Oder? Hier tut sich nichts Ich glaube wir können hier noch nichts machen Oder? Ach die Kugel kommt hier Ach doch Die müsste auch da hoch gehen Ey Oder? Komm Bleib doch mal stehen Ah die geht nicht hoch Scheiße Das ist wahrscheinlich der Knackpunkt hier Dass die Kugel da nicht hoch geht Ach Einfach so machen Geht auch Komm Geh mal rauf hier Ich will das jetzt mal wissen Ob das schon funktioniert Wahrscheinlich nicht Ne Hier passiert noch nichts Hab ich mir schon gedacht Na gut Dann müssen wir erst da hin Geh mal mit der Kugel mal da hin Na Jetzt war das wieder ein spannendes Rätsel So wie es aussieht Ach ja Ich dachte gerade Ich hab gar nicht geschossen Aber Wird hier angezogen Vom Magnet Schlecht ne Aber wir können natürlich hier drauf gehen Aber dann kommt anderer Magnet Das ist auch wieder doof Und dann Dann wieder zurück Scheiße Warum auch immer Was machen wir jetzt Hier ist noch ein Gang Scheiße Tja Tja Leute Jetzt wird's langsam kompliziert Würde ich mal so sagen Wahrscheinlich Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt Denkt da jetzt Äh Bist blöd oder wat Hier ist ja dasselbe Tja Oder wir Nö So können wir Wir müssen hier vielleicht Eine Wand irgendwie zwischen machen Diese Wand hier aktivieren Oder so Keine Ahnung Ist da denn irgendwas Wahrscheinlich Nö Hier ist ja Keine Ahnung Kommt mir ja nicht ran Scheiße Jetzt wird's hammerhart Hier wieder Hier ist ja nix Tja Wissen wir Irgendwie Weiß ich nicht Wir können die auch nicht schießen Die wird sofort angezogen Und das war's Ich verstehe das grad Irgendwie nicht So wirklich Hä Wie soll das denn gehen Wie soll das denn gehen? 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 Wie soll das denn gehen?